Was tut dieser Torres denn nach dem Observatorium, wo du selbst den Schatz in der Hand hältst? Torres weiß nicht, dass ich ihn habe. Warum bringst du es ihm und riskierst es zu verlieren? Er soll wissen, dass ich es habe, bevor er stirbt. Es ist ein Pirat und Jäger! Das muss ich nicht mehr wissen, ob es um das Wasser Milch gibt. Ich muss nicht mehr die Flucht vermittelt. Ah was ich mir finden, dass ich es nicht mehr vermint. Ich bin nicht mehr sicher. Die Flucht ist der Fall. Ich gehe nicht mehr, dass ich nicht mehr... Es ist ein Pirat. Und die Flucht und die Flucht und die Fluchtflexe gesehen haben, Fähren und Fahrt aufnehmen! Setz die Großsegel! Halbe Segel! Setz die Großsegel! Hopp! Schmutz abliegen! Zitzen! Vasem! Max Das war's für heute. Schegel, raus aus der Böe! So, von Steuerbord! Na, ein Überlebender! Schegel, los geht's! So, von der Böe! So, von der Böe! Der Böe. Das war's für heute. 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 Ah! Heilige Muttergottes! Ist das der Ort, den wir gesucht haben? Ei! Halt die hier Wache! Niemand darf mir folgen! Bereit für noch einen guten Kämpfer! Ei! Die Spiernasch! Die Spiernasch! Venga, muuebete! No puedo! Die Spiernasch! Dai, die Spiernasch! Non responden! Descalo! Descalo, moriremos todos! Hast du estas? Levantate! No quiero dejarte aquí! Serai vuestro funeral! Por favor! Por favor! Está aquí! Es pirata! Está aquí! Ist das aquí! Ah! Ah! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Katain Schalke! Das war's. 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 Das war's.